Hallo, ich heiße Marcel Heiz, bin 19 Jahre alt und habe beim SCA Schmeyer alle Jungenmannschaften durchlaufen. Hallo, ich bin Lukas Baum, bin 19 Jahre alt und habe ebenfalls alle Jungenmannschaften des SCA Schmeyer durchlaufen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Viermal Ligameister und infolgedessen viermal aufgestiegen. Und wir haben in der U15 das Bezirkspokalfinale erreicht.